Differenzialgleichungssysteme sind ein häufig genutztes Kapitel der Ingenieure, denn schauen wir uns mal so einen Stromkreis an, der hat hier, das hier ist ein sogenannter Kettenleiter, zwei, oder einen Widerstand haben wir R, drei unterschiedliche Induktivitäten L und jetzt können wir nach Maschen- und Kettenregel zusammenbauen, wie die sich gegeneinander verhalten, in dem ersten Kreis ist eine Spannung angelegt, die sich in dem Zeitverlauf gegebenenfalls ändert, dann haben wir natürlich auch zeitabhängige Ströme I jeweils in den Kreisen, die durch diese Gleichung gegeben sind, also schaue ich mir hier zum Beispiel auf I1 an, dann habe ich hier L1 I1 Strich, in dem L habe ich natürlich I1 und I2, weil ja beide drin sind, Strich, und für den Widerstand letztendlich I und I1 und I2 und das Ganze soll dann die Spannung an der Spannungsquelle sein. Analog kann ich das natürlich auch für die zweite Gleichung aufstellen und man kann jetzt einen Anfangswert definieren im Zeitpunkt t gleich 0, mag auch die Spannung gleich 0 sein. Gesucht ist jetzt eine Funktion von t, die kann man jetzt nur bestimmen, wir haben hier auch Ableitungen drin, das heißt, und das wird auch noch gleich noch 2, das heißt, wir haben ein sogenanntes Differenzialgleichungssystem. DGL steht immer für Differenzialgleichung. Zwei Differenzialgleichungen erster Ordnung, die zusammen betrachtet werden, sind das in diesem Fall und man nennt das ein DGL-System. Zweiter Ordnung, normale Schreibweise oder auch normierte Schreibweise, ähnlich wie bei einem Gleichungssystem, wir schreiben alle Ableitungen untereinander, alle Funktionen y1, alle Funktionen y2. Dies hier sind in unserem Fall konstante Koeffizienten vor dem y und hier hinten haben wir noch sogenannte Störfunktionen. Das kann man auch vektoriell aufschreiben. Unsere Funktion y ist die gesuchte Lösung. Die Funktion y' sind die Ableitungen des Lösungsvektors. Hier gibt es auch wieder Komponentenweise. Und g von x sind die Störfunktionen der Komponenten. Jetzt kommen viele Sachen, die ähnlich sind zu den normalen DGL, also ohne System. Soll ja dem Ganzen auch nicht widersprechen. Ist die Störfunktion hier hinten gleich 0, dann spricht man von einem homogenen Differenzialgleichungssystem. Ansonsten heißt es, wie gehabt, auch inhomogen. Zwei Beispiele. Einmal dieses hier, y1' ist y1 plus y2. y2' ist minus y1 plus y2. Wenn ich das jetzt aufteile, habe ich hier y' y habe ich A, eine Koeffizientenmatrix habe ich, aber ich habe kein g, also ist das Ganze homogen. Anders verhält sich das in diesem Gleichungssystem, das hier vorne so ähnlich ist, aber hier hinten noch plus e hoch 2x, beziehungsweise plus x hat. Und wenn ich das jetzt umstelle, habe ich y' minus 1, 1, 1 minus 2y plus e hoch 2x durch x. Und weil hier hinten noch was sich befindet, ist das Ganze inhomogen. Ähnlich wie bei den DGL erhält man auch hier die Lösung, nur, dass man jetzt hier nicht die Trennung der Veränderlichen einsetzen kann direkt oder so etwas, sondern man bestimmt die Nullstellen des sogenannten charakteristischen Polynoms. Das wiederum wird über eine Determinantenfunktion berechnet und ist sozusagen die Determinante des Polynoms von a minus e mal lambda. Und das soll gleich 0 sein, das heißt also Nullstellen dieser Determinante. Und wenn man diese Ergebnisse herausbekommt, dann nennt man das Eigenwerte, beziehungsweise Eigenvektoren. Wie man die genau berechnet, erläutere ich im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.